Hallo, ich bin die Galina und bin gerade am Odeonsplatz nach unserem heutigen We Love Mondays Frühstück. Und weil einige Menschen gefragt haben, ja was ist es denn überhaupt für ein Event, wollte ich euch einfach mal kurz erzählen, worum es da geht. Also wir sind meistens um die 15 Leute, die sich am ersten Arbeitstag einer Woche treffen, um gemeinsam mit viel mehr Motivation und Inspiration mit interessanten Kontakten und gleichgesinnten Menschen in die neue Arbeitswoche zu starten. Heute war das auch wieder großartig. Wir waren im Café Luitpold hier um die Ecke in der Briennastraße und hatten super viele spannende Themen, viele Anknüpfungspunkte für neue Kontakte. Wie gesagt, es waren 15 Leute dabei und es ist normalerweise so, dass wir uns um 7.30 Uhr treffen, alle kommen langsam an, bedienen sich am leckeren Buffet, lecker Kaffee, Tee und so weiter. Dann gibt es eine kurze Vorstellungsrunde, wo jeder erzählt, was er so macht, was er bietet, was er sucht. Und heute waren beispielsweise Menschen dabei, so richtig, richtig querbett, sehr unterschiedliche Menschen. Einige haben beispielsweise Physik studiert, sind aber seit Jahren im Bereich Webentwicklung tätig. Sehr, sehr viele Unternehmensberater, was heißt sehr viele, aber einige Unternehmensberater waren auch dabei, entweder für größere Unternehmen oder aber auch für Startups. Auch eine sehr charmante junge Dame, die sich mit dem Thema Clean Eating, also gesunde Ernährung, auseinandersetzt und das in Form von Workshops, Kochkursen, Beratung, die sie anbietet. Und wir hatten sogar zu Besuch jemanden aus Hongkong, aus dem Bereich Hospitality Management. Also sehr bunt gemischt und haben viele Kontakte ausgetauscht, fleißig genetzwerkt, lecker gegessen und hatten auch einen Impulsvortrag zu dem Thema, wie kannst du deinen Alltag so gestalten, dass du mit Hilfe von verschiedenen regelmäßigen Ritualen einfach mal ein noch besseres Leben führst. Nicht nur im beruflichen, sondern auch im privaten Bereich, beispielsweise in der Früh Sport machen, meditieren. Wir haben ganz viel miteinander gelacht, haben viel Inspiration mitgenommen, das so in die neue Woche zu starten und wir freuen uns auf jeden Fall aufs nächste Mal. Vielleicht bist du auch mal dabei und lernst die Community kennen, tausch dich aus und lässt es dir gut gehen. Ich wünsche dir schon mal einen tollen Tag, schöne Woche und bis bald. Ciao, ciao, Mon Däumsplatz in München.